Bei uns ist unser Cheftrainer Christian Tietz. Christian, jetzt zuletzt der wichtige Sieg 3 zu 2 bei Holstein Kiel. Wie liefen denn die Tage danach, wie wichtig war dieser Erfolg auch für die Moral der Mannschaft? Es war natürlich zu dem Zeitpunkt für uns ein wichtiger Sieg, weil du in der Situation warst, dass der Abstand nach oben nicht anwachsen darf. Aber vor allen Dingen, dass du auch weißt, wenn du drei Punkte holst, dann kannst du ein Stück weit in die Tabelle springen. Du auch durch den Sieg natürlich dein Selbstbewusstsein, dein Selbstwertgefühl steigern kannst. Und es ganz einfach auch gezeigt hat, dass wir in der Liga einfach auch die Spiele für uns gewinnen können. Dass es enge Spiele sind und dass wir die Qualität haben, die für uns auch noch zu drehen. Dass vor allen Dingen auch aus der Situation heraus, dass wir natürlich im Rückstand waren. Und das war jetzt natürlich auch für die Woche gut. Die Jungs haben dann erstmal regeneriert. Und jetzt haben wir schon gestern angefangen. Da hat man schon gemerkt, dass im Training eine richtig gute Spannung drin ist. Jetzt geht es zu Hause gegen den FC St. Pauli. Eine Mannschaft, die jetzt richtig stark aus den Startlöchern rausgekommen ist. Wie schätzt du den kommenden Gegner ein? Als sehr spielstark, als eine Mannschaft, die so ihre Spielweise jetzt auch verändert hat zur Rückrunde. Die von hinten raus das Spiel eröffnet. Da sind sie wirklich sehr variabel. Ob sie dann mit überdribbeln IVs, mit eingerückten Außenverteidigern, mit variablen Achtern spielen. Dann haben sie auf der letzten Linie drei Offensivkräfte. Auch mal eine spielerische Neunticht in den Zwischenraum fallen lässt. Aber auch eine Mannschaft, die versucht noch voll in die Balleroberung zu holen. Worauf wird es dann in den Trainingseinheiten im Vergleich zu anderen Gegnern besonders ankommen? Ist es dann so, dass man sich da noch ein bisschen umstellt? Oder ist es einfach so, dass es wichtig ist, wie du es oft sagst, dass man bei sich bleibt? Es ist ganz, ganz entscheidend, dass wir bei unserer Spielweise bleiben, bei unserer Art, wie wir es angehen wollen. Aber trotzdem wird es ein anderes Spiel werden, weil wir auf dem Gegner treffen, die ihrerseits Fußballspieler die letzten Spiele gesehen haben, die gerade jetzt gegen Kaiserslautern sehr viel Spielkontrolle drin gehabt haben. Eine sehr geduldige Mannschaft. Das heißt, da müssen wir auch für uns ein Element finden, wie wir sie selbst gut anlaufen und unter Druck setzen. Aber wie wir auch die Räume im Zentrum schließen, in der Tiefe. Aber selbst auch gerade, was ja auch das letzte Spiel gezeigt hat, dass wir mit dem Ball für uns im Element drin bleiben. Dass wir es auch schaffen, diesen Gegner zu bespielen und dass wir immer wieder auch die Tiefe im Blick haben. Ja, personell gab es jetzt die schlechte Nachricht, dass Anni Müller ausfällt, operiert werden muss. Wie sieht es insgesamt personell jetzt aus? Kommt der eine oder andere vielleicht wieder zurück oder wie ist die aktuelle Situation? Stand heute kommt bis dato eigentlich kein Spieler zurück. Außer bei Lück, da müssen wir schauen. Der hat gestern individuell trainiert. Da muss man mal sehen, ob er die Woche noch ins Mannschaftstraining mit einsteigen kann. Alles klar, Trainer. Dann erstmal vielen Dank und gute Vorbereitung aufs Heimspiel gegen den FC St. Pauli hier bei uns am Samstag in der MDCC Arena. Dankeschön. 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 Dankeschön.